So, wo geht's lang? Da drüben? Ich kann die Tür nicht sehen. Ja, es sieht doch gut aus. Ja, es sieht doch gut aus. Wie schlimm ist das? Ja, es sieht doch gut aus. Ja, es sieht doch gut aus. Ich glaube, wir können sie nicht behalten. Ich aktiviere die Nuke. Was machst du denn, Williams? Ich muss sicher, dass diese Bombe auszunehmen, egal was. Es ist fertig, Commander. Geh' den Lieutenant und geh' die Hölle raus! Beleih' das! Wir können uns selbst behandeln! Geh' zurück und geh' Williams! Alenko, Radio Joker und sag' ihm, uns auf der AA-Tower. Ja, Commander! Ich... Ich... Du weißt, es ist die richtige Wahl, LT! Tut mir leid, Ash. Entschuldigung, Ash. Ich musste eine Wahl machen. Ich verstehe, Commander. Bei dieser Kackstuhl, ne? Bei dieser Kackstuhl, ne? Ich... Ich bin auch schon da. Ich bin auch schon da. Ich bin auch schon da. Ja, ich bin auch schon da. Was ist das da raus? Das war eine beeindruckende Diversität, Shepard. Meine Gäste waren zufrieden, dass die Salarien die echte Gefahr waren. Natürlich war das alles für nichts. Ich kann dir nicht zufrieden, was ich hier gemacht habe. Du kannst es nicht verstehen, was wirklich zu tun ist. Warum machst du das? Du hast die Vision von den Beacons gesehen, Shepard. Du solltest alle Menschen verstehen, dass die Reapers unkönlich lieben. Sie können nicht zu stoppen. Nein, es ist es nicht. Ich würde lieber sterben und leben unter den Regeln von diesen Maschinen. Jetzt wissen Sie, warum ich nie mit dem Beacons gekommen bin. Wir Organikern sind durch die Emotionen, statt der Logik. Wir kämpfen, selbst wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Weepern arbeiten, wenn wir uns gut machen, denken wir, wie viele Leben werden können. Als ich das verstehe, habe ich mit dem Sovereign. Aber ich war sicher, dass ich die Gefahr. Ich habe erwartet, dass diese Facilität mich beschädigt. Ich bin so wie alle anderen Dане in diesem Ort. Eine Art, die Sovereign können, dann kann er es überlegen. Ich habe studiert die Effekte der Indochrination. Je mehr Kontrolle die Sovereignen bewertet, je weniger ich kann, das Thema wird. Das ist meine Beacons zu retten. Die Sovereign braucht mich, um den Conduit zu finden. Meine Meinung ist noch meine eigene, für heute. Aber die Veränderung von Alli in Servant wird sehr subtil. Ich werde das nicht passieren. Die Sovereign manipuliert dich, und du wirst noch nicht wissen. Du bist bereits unter seiner Macht. Nein, die Sovereign braucht mich. Wenn ich den Conduit finde ich, habe ich ein Verbrechen von dem Inevitable gegeben. Das ist meine einzige Hoffnung. Together, wir können die Sovereign. Wir müssen nicht auf die Reapers verabschieden. Wir können sie verabschieden. Ich glaube das nicht mehr, Shepard. Die Visionen können nicht verabschieden. Die Reapers sind zu stark. Die einzige Hoffnung ist, dass sie mit ihnen zusammenstehen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert verabschieden kann, dann werde ich ein Ressourc, das ich behaupte. Es gibt keine andere logische Konklusion. Sag mir, warum Sovereign die Conduit braucht. Sag mir, was es ist. Vielleicht können wir einen Weg finden, um ihn zu stoppen. Die Conduit ist die Schlüssel für deine Destruktion und meine Heilung. Sovereign braucht meine Hilfe, um ihn zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht verabschiede. Das ist ein Feigling. Ich bin nicht wie Sie. Ich würde lieber sterben, als sterben, als sterben. Ich mache das nicht für mich selbst. Nichts sehen Sie? Sovereign wird erzielen. Es ist unerwaltbar. Mein Weg ist der einzige Weg, in der uns alle von uns überleben. Ich habe eine Allianz zwischen uns und den Reapers, zwischen Organikern und Maschinen. Und in dem zu tun, werde ich mehr Leben, als bisher existiert. Aber du würdest mein Arbeit nicht verabschieden. Du würdest unsere gesamte Zivilisation machen, um die Annihilation zu erfüllen. Und dafür müssen du sterben. Na gut. Rex, wo ab. Gareth? Was machen wir mit dir? Überlastung. Und ich schieße mit ihm auf allem, was ich habe. Aroquang, auf equals? So, grenierstiel! Entschuldigung! Jetzt wo du meine Luft, Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann es nicht glauben, dass Ash es nicht gemacht hat. Wie können wir sie einfach unten da lassen? Alle diese Dialogoptionen sind scheiße, darf ich das sagen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was haben Sie gesehen? Das war's für heute. 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 Was sag ich denn? Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute.